Der Wald, ein Refugium für Fauna und Flora und für den Menschen. Zu jeder Jahreszeit strahlt er sein Eigenleben aus, unbeeindruckt von den Zeitläufen des Menschen. Heute, im Zeitalter der Technologie und Globalisierung, ist es mehr denn je angebracht, dass der Mensch den Wert und die Bedeutung des Weines erkennt und zu schätzen weiß.